Wir haben daher an die EPU ein Angebot gemacht und haben gesagt, wer immer Gedanken macht, eine Kooperation einzugehen. Wir stellen für ein Jahr lang zwei Experten zur Verfügung, die gemeinsam mit den Kooperationswilligen einen solchen Kooperationsvertrag oder eine Kooperation aufbauen. Und die haben jetzt ein Jahr lang zusammengearbeitet und haben jetzt tatsächlich einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Ich darf nur zwei der vier Kooperationspartner des Praxiskompass zu mir auf die Bühne bitten. Ich selbst bin Versicherungs- und Vermögensberater und in der Kooperation Praxiskompass, die wir heute vorstellen und über die wir heute diskutieren, habe ich den Bereich Finanz- und Risikomanagement. Ich bin eine Werbeagentur mit PR-Beratung, Eventmanagement und Kulturmanagement. Im Praxiskompass zeichne ich verantwortlich für den Bereich Branding, Positionierung, Zielgruppen, Definition, USB, alles was um das Thema Marketing sich dreht. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben zwei Experten zur Verfügung gestellt und ich möchte jetzt die beiden Experten zu mir auf die Bühne bitten. Wir zwei sind Kooperationsberater, bieten das auch in einer Kooperation an und unterstützen Unternehmen bei der nachhaltigen Kooperationsbildung. Ich bin der zweite Teil dieser Kooperation als Kooperationsberater und habe als Hauptthema Zahlen, Daten und Fakten und versuche das gemeinsam mit dem Martin Matius durchzuführen. Die ganze Kooperation heißt Praxiskompass. Wie Sie sehen können, ihr persönlicher Begleiter passt in dem Fall bedingt, weil in Wirklichkeit geht es halt nicht um sie, aber das ist der Slogan für Ärzte und Menschen in Gesundheitsberufen. Wir sehen uns als Begleiter von Ärzten bzw. Freiberufler, weil Ärzte sind eigentlich Freiberufler, die lernen sehr viel in ihrem Studium, aber wenig was mit der Selbstständigkeit zu tun hat und was sie darauf vorbereitet. Welche Hausaufgaben muss ich erfüllen oder muss ich machen, bevor ich überhaupt in eine Kooperation gehe? Das eine ist, dass die Herrschaften nicht nur kooperationswillig sein müssen, sondern sie müssen auch kooperationsfähig sein. Es hilft alles nichts, wenn ich sage, ich möchte gerne kooperieren, aber ich bin nicht bereit, mich auf einen anderen einzustellen. Und jetzt kommen da drei andere ins Spiel und dann kommen noch zwei externe ins Spiel, die mir dann sagen, jetzt müssen wir das aber so und so und so angehen. Und dann dabei zu bleiben und zu sagen, ja das will ich, ich glaube, das ist eine Hürde, die muss man zuerst einmal nehmen, bevor man den nächsten Schritt gehen kann. Habe ich die Zeitressourcen, habe ich die finanziellen Ressourcen, das waren ich in dieser Kooperation vereinbare. Da legt jetzt einmal jeder 10.000 Euro am Tisch, bevor wir überhaupt weiter tun. Dann muss ich diese Fähigkeit auch haben, diese 10.000 Euro hier einzubringen. Weil jeder von uns als Einzelunternehmer hat natürlich seinen eigenen Betrieb, seine eigene Firma, seine eigenen Kunden und macht das alles quasi so Add-on. Und die Frage ist, wo geht dieses Add-on und wo ist die Zeit für dieses Add-on? Es geht nicht um Bildung von Kompromissen, sondern es geht um Erzielung von Konsens. Der schwierige Weg vom Ich zum Wir. Wir haben es am Schluss geschafft, dass diese Kooperation wirklich gemeinsam gleiche Werte, Regeln der Zusammenarbeit hat. Ich würde nie und nie meine Kooperation mit jemandem eingehen, wo es menschlich nicht passt. Vielleicht kann das jemand trennen, ich kann es nicht. Hat es Situationen gegeben im Laufe dieses Jahres, wo sie gesagt haben, aus, Schluss, wir werfen das Handtuch? Ja, natürlich hat es die gegeben und die auch natürlich nicht nur einmal, sondern sogar mehrmals. Es muss auf der einen Seite ja auch Spaß machen, was man gemeinsam macht. Es ist eine Auf- und Abfahrt gewesen. Aber prinzipiell haben wir definiert, der über den der Kunde kommt, der hält auch den Kontakt. Jeder haftet für sein Gewerk und das können wir auch dem Kunden ziemlich gut auch so darstellen. Wie schaut eine Rechnungslegung an den Kunden aus und wie teilen sie sich den Gewinn auf? Wir machen eine Mappe mit Einzelrechnungen. Also jeder von unseren Einzelunternehmen stellt eine Rechnung an den Praxiskompass und der Praxiskompass sammelt Rechnungen und gibt dem Kunden die gesamte Mappe. Drei gute Tipps an die EPU, die sagen, sie möchten Kooperation eingehen. Horchen Sie auf Ihren Bauch. Wenn die Chemie nicht passt, verschwenden Sie keine Zeit. Kooperationsbildung ist keine Strategie zur Krisenbewältigung. Ich muss wirklich hier mit der Kooperation arbeiten, immer und laufend. Zeit lassen, nichts überstürzen. Dinge müssen reifen. Es muss Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, aufhören. Wann immer Sie an eine Kooperation denken, nehmen Sie sich wirklich einen Experten, der Sie zumindest am Anfang begleitet. Dankeschön, dass Sie sich bereit erklärt haben, noch einmal dazu überprüfen. Danke an die Experten. Dankeschön. Einfach die Freude, die Sie vermittelt haben an der ganzen Geschichte. Und das ist, glaube ich, auch sowieso der Hauptpunkt, dass nicht nur die Chemie wirklich stimmt, sondern darüber hinaus, dass man Spaß an der Sache hat. Und das haben Sie dann wirklich vermitteln können. Der Sinn einer Kooperation liegt vor allem darin, dass Kleinstunternehmen, indem sie miteinander kooperieren, die Vorteile größerer Unternehmen für sich auch lukrieren können. Und das ist, was Sie gesagt haben. Das war das Motto. Einfach von Bohrgefühl machen und das ist ein gutes Gefühl. Und Spaß. Wir sind extrem begeistert von dem Forum EPU. Extrem. Wir kommen so auf wie möglich und es gibt so viele Chancen, sich zu verbessern und zum steigern in unserem eigenen Unternehmen. Musik